Hm, ja. Ich werde mich dann vielleicht noch nicht ganz so auf die Verstohlenheit konzentrieren. Dann erstmal noch unvorbereitet nehmen, wie auch bei unseren anderen Kollegen, und die erzeugte Bedrohung verringern. So kann unsere Charakterin die anderen auf Score nehmen. Verstohlenheit per se hat sie schon. Dann nehmen wir natürlich noch den Hinterhalt. Gibt aber nur bei einem Charakter jetzt erstmal Schaden. Schauen wir mal hier, kritische Trefferchance jeweils 2% pro Treffer bis maximal 10 Treffer, das heißt 20%. Nehmen wir erstmal noch das. Der Rest kommt noch nach. Und nach. Ja. Verzeihung, aber ich muss sagen, die Deutschen sehen lustig aus. Halleluja. Naja, gut. So, dann nehmen wir... Wartet mal. Ich hab gerade was vergessen zu gucken bei ihr. Und zwar wie die Attributsverteilung denn aussieht. Ist sie eine mit viel Klugheit oder Geschicklichkeit? Kann man sie denn benutzen, ähnlich wie unseren zweiten Schurken? Oder müsste ich sie generell neu skillen? Ähm. Ja, so. Ja, sie ist viel auf Geschicklichkeit. Man könnte ihr aber Klugheit doch noch schnell beibringen. Nächster Level passt schon. Dann das generell auf 40, müsste man es wahrscheinlich bringen. Wird aber soweit bei ihr passen. Sie hat halt wenig Konstitution. Ich würde schon mal neu skillen. Die Willenskraft brauchst du nämlich nur theoretisch. Ja, hat auch noch Zeit. Passt. Kriegen wir schon hin. Wobei, jetzt direkt wäre sie keine Hilfe, wenn wir was hätten, das man öffnen kann. Ach, das ist doch zum Mäuse melken. Unser Hawk ist doch gerade... ...ein Level ab, oder nicht? Ja. Dann werden die anderen auch beiden Level ab. Das heißt, es gibt bald wieder Punkte. Passt jetzt schon. Enders wieder mitnehmen. Und wir nehmen jetzt noch sie mit. Und gehen zum Geheimtreffen auf den Docks. Sondern ja die Kapitäne belauschen. Das machen wir doch gerne. Das muss man alles aktivieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht unbedingt so gut ankommen werden. Ich werde es mit einem Schurken probieren, beziehungsweise mit ihr. Da eine Runde im Verstohlenheitsmodus hinzubringen. Die anderen sollen mal stehen bleiben. Ich habe zwei meiner Männer für eine verdammte Ladung Weizen verloren. Wenn er unter der Flagge Amaranthins verschifft wird, ist es eure Aufgabe, das Schiff zu versenken. Ganz vorsichtig, Speichellecker. Meine Männer und ich sind es nicht gewohnt, Befehle entgegenzunehmen. Die Begnadigung durch den V-Kont ist an Bedingungen geknüpft. Wenn Amaranthin nicht Einhalt geboten wird, wird es schon bald über das wache Meer herrschen. Na und? Was geht mich das an? Ein Dutzend Kriegskaleren, die Jagd auf euresgleichen machen, sagen, dass es euch etwas angeht. Wir sind nicht allein bisher. Schade. Aber anscheinend bekommen wir jetzt unser Positives. Denn eigentlich haben wir gehört, was wir wollten. Beamte von Kirkwall. Ähnlich. Schiffskapitän down. Beamte von Kirkwall auch gleich. Mitsamt der lästigen Wachen. Und da ist noch ein weiterer Schiffskapitän. Den haben wir anscheinend komplett übersehen. Boah, das war doch das Geheimtreffen, oder? So. Nehmen wir den ganzen Tant mit, den sie bei sich tragen. Und begeben uns kurzerhand am Tage in die Docks. Wer es findet, darf es behalten. Wir machen für ihren anderen Kollegen da die Quest. Denn da spielt sich auch im gehängten Mann ab. Und dann haben wir das gerade im Kombipaket abgeschlossen. Oh, Eveline ist ein Level-Up. Super Sache. Mehr Konstitution. Mehr Überlebenschance. Und Was nehmen wir? Schedweil, Schadensresistenz plus 50% gegen Angriffe von hinten. Ja. Ist gebongt. Kann sie sehr gut gebrauchen. Hm? Um wen geht's? Keine Ahnung. Wie ungewöhnlich. Ein Arbeiter, der nicht auf den Mund gefallen ist. Sowas trifft man selten. Was wollt ihr? Ich suche nach Kisten mit dem Siegel der Hafenverwaltung von Orlais. Hab keine gesehen. Tut mir leid. Redet mit dem Hafenmeister. Er hat bestimmt Informationen über eure Fracht. Er ist in seinem Büro. Hey, wenn du fertig bist mit Labern, können wir dann die Säcke von den Docks wegschaffen? Klar, komme schon. Nette Spießgesellen. Na dann, Hafenmeister. Prachtpapiere. Heute nicht. Ich glaube, ich habe sie verloren. Nun, dann könnt ihr eure Ware nicht löschen. Der wie kommt, macht die Regeln, nicht ich. Gute Regeln. Ihr solltet diese Regeln als euren Verdienst ausgeben. Aiden, kümmert euch darum. Ich entschuldige mich in Liams Namen. Er ist wirklich überaus beschäftigt. Ich bin Aiden, der Gehilfe des Hafenmeisters. Ihr sucht nach Fracht aus Orlais? Ich habe die Kisten gesehen, weiß aber nicht mehr wo. Wirklich schade. Witzig, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Das Geräusch von Goldmünzen fördert das Erinnerungsvermögen. Hm. Na gut. Reicht das für euer Gedächtnis? Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Fracht ist in Oldenbordros Lagerhaus, bei den Docks. Freut mich, dass wir einander behilflich sein konnten. Bestechung ist alles. Und Evelyn gefällt es nicht. Und mir gefällt es erst recht nicht, dass wir zwei Gold dafür ausgegeben haben. Leck mich doch, Mors. Zwei Gold. Also irgendwie hoffe ich, dass wir mit Evelyn noch freundlich umgehen können irgendwann. So langsam habe ich das... Habe ich Bedenken. Wahrscheinlich hätten wir das jetzt nicht unterstützen sollen. Hallo, ist Anders da? Kann ich mit Anders sprechen? Ihr müsst nicht schreien. Ich bin immer ich. Dann ist es ja gut. Mit dem anderen will ich nämlich nicht sprechen. Ihr wisst schon, mit diesem Miesepeter... Er kann euch trotzdem hören. Gerechtigkeit und ich sind eins. Wie auch immer. Ihr wolltet mit mir sprechen? Eigentlich nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr es selbst seid. Das ist Privatbesitz. Was ist da drin? Was bewacht ihr da? Importware. Wessen Privatbesitz? Wem gehört dieses Lagerhaus? Meister Woodrow, glaube ich. Der Lagerraum wird vermietet. Ich sollte gehen. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Dann verschwindet jetzt. Das ist Privatbesitz. Feuer. Auf der anderen Seite dieser Reihe brennt es. Holt Hilfe, bevor sich das Feuer ausbreitet. Was? Hört ihr die Schreie nicht? Seid ihr taub? Ich höre überhaupt nichts. Mist! Ein Feuer könnte die Beute vernichten. Wir müssen nachsehen. Aber komm schon! Haha. Hahaha. Darauf reingefallen. Sein Adjutant war cleverer. Nicht gedacht, dass es funktioniert. Ach, es gibt schon Idioten auf der Welt. Ja, und zwar da unten. Seid ihr jetzt glücklich? Schicken wir sich zum Erbauern. Wenn ich sie denn gesehen hätte. Wow. Das war ich. Ach, nein. Ach, das ist doch zum Kotzen. Meine eigenen Leute vertragen meine Angriffe nicht. Scheiße. Gut. Das war bitter. Aber können wir jetzt mal wieder nichts daran ändern. Außer sie würden laden. Was wir nur tun, wenn wir jetzt höre. Alter. Alter, hält dieser Typ wieder raus. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es überaus überraschend, dass jedes Mal die Typen hier mir widerstehen. Boah. Ist aber heftig. Das machen wir brauchen für den scheiß Mäusemörder. Also, was nun? Und das nächste Mal darf ich von meinem Charakter nicht mehr weggehen. Ich hau mir meine eigenen Leute sowas von derbe kaputt. Ich glaube, ich habe aber irgendeinen Bug. Ich habe doch jetzt eigentlich fünf Haltränke oder so aufgesammelt. Keinen einzigen angerechnet bekommen. Ich hasse Bugs. Oder ist das auch so ein Ding vom Albtraum? Ich weiß es gar nicht. Vorne hätten wir auf jeden Fall schon mal die Kiste. Da suchen wir die restliche Anlage erst einmal. Noch nach Schmugglergut. Shit. Heftig. War mal ein bisschen zu flottig unterwegs. Schon schade um die schönen Erfahrungspunkte. So, alles eingesackt, glaube ich, jetzt. Oder? Ah, da hinten ist noch was. Immer her damit. Wir brauchen schließlich Geld. Wir müssen die zwei Gold nochmal irgendwie zusammenkratzen. Und, eh, voila. Die Kiste. Mit schon wieder einer Falle. Alter. Ist doch nicht wahr. Ich würde das an eurer Stelle nicht einatmen. Martin scheint mit dem Tod zu handeln. Und schon geht es wieder los. Änder es mal schnell hier. Verdammt. So. Die Waffenverzauberung herein. Ich denke uns einen deutlichen Bonus an Schaden. Ich denke uns einen deutlichen Bonus an Schaden. Sehr schön. Sehr schön. ein bisschen Mäuschelmörder. Hopp, den kriegen wir jetzt aber schnell platt. Das ist richtig. Da hatten sie Pech. Und ab zu den Docks. Und zum gehängten Mann, wie es aussieht. Anders ist ein Level-Up. Wunderschön. Konstitution. Magie. Konstitution dürfen wir halt einfach nicht vernachlässigen. Verbündete helfen. Anders hat in seiner Krankenstation Kirkball viel über die Heilkunst gelernt. Er kann diese Fähigkeit nun nutzen, um mit einem einzigen Zauber die gesamte Gruppe zu heilen. Wunder der Heilung muss aktiv sein. Das ist nice. Dann hätte er einen zweiten Heilungstauber. Ja, doch. Her damit. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, ich kenne euch von irgendwoher. Ihr seid aus Feralden, richtig? Wart ihr jemals in der Perle? Das ist es. Ihr hattet eine Schwäche für dieses Mädchen mit den Griffon-Tätowierungen, richtig? Wie hieß sie noch gleich? Die Laienwächterin. Ganz genau. Ihr wart doch auch da in der Nacht, als ich... Oh, wart ihr der entflohene Magier, der diese Elektrizitätssache konnte? Das war schön. Hört bitte auf zu reden. Sofort. Ach, wie schön. Den Spur haben wir auch noch nicht gehört. Ich elfe gleich deine Mutter. Nice one. Da ist ein anderes wichtig.